Ich bin Rahel Job und begleite mit meiner Denkreise Schulen und auch Kantone, die sich überlegen, wie die Schule auch anders gestaltet sein könnte, respektive funktionieren könnte. Ich habe selber schon mit Schulen die Angebote vom OVCR nutzen können. Und zum Beispiel ins Ausland reisen, um dort die Schule anzuschauen, kann dadurch interessierten Schulleitungen und Lehrpersonen auch Auskunft geben über das ganze Prozedere. Ich bin Botschafterin vom OVCR, weil ich es einfach ein ganz cooles Angebot finden. Es entlastet die Budgets der Schulen, wenn man einfach mal mit einer Steuergruppe zum Beispiel andere Schulen anschauen kann. Es inspiriert unglaublich. Und das Faszinierende daran finde ich auch, dass man wirklich mal als Team weggeht von zu Hause. Die Zeit nimmt sich, um zusammen am Abend zu Nacht essen, noch zusammen zu sitzen und dass dort einfach die Gedanken verarbeitet werden können. Die Zusammenarbeit mit dem OVCR ist sehr einfach. Es ist ein ganz unkompliziertes Verfahren, wo ich auch gerne darüber Auskunft gebe, wie das funktioniert. Das ist ein ganz unkompliziertes Verfahren.